Weiter so, Bruder. Darf ich den Bruder nennen? Asus hat mir was geschenkt. Guck mal, wie die am Chillen sind. Hallo Leute, hier bin ich. Mein Kopf ist größer, da sind ganz viele Flaggen drin. Ich hab mehr drin im Kopf. Guck mal. Leute, nein. Nein. Das ist für die Unterfalle. Ich mach ein MLG. Leute, spielen. Er ist der beste Minecraft-Spieler. Warte, ich muss einen Screech. Das kommt in meine Sammlung. Oh, jetzt auch. Ich bin der Beste. Was ist jetzt? Schau mal. Guck mal, er kann wirklich spielen. Das sieht wirklich voll kuschelig aus. Er ist auch richtig kuschelig. Könntest du ihm mal so richtig knuddeln einmal? Oh, guck mal. Oh, wie sieht's? Oh, guck mal, wie glücklich der war. Ich brauche ihn.